Yo Leute da sind wir wieder bei Star Wars Battlefront. Letzter Aufnahmetag heute und ja wir starten mal das Ding. Markus und Sven sind übrigens auch da. Ja, diese Leute sind die besten der für einen reinfliegen, was sie nicht können. Das habe ich eben auch gemacht. Achso, dass ihr gerade ein Kill bekommen hättet. Was habe ich jetzt? Keine Ahnung. Das bringt mir nix. Sven, du bist zum AT-8 hier, oder? Räum mal links auf da. Ja, räum mal links auf, Mensch. Ich fiel da die ganze Zeit hin, aber ich treff nix. Achso, ich bin ja eigentlich in das Geschutzeinweg. Der AT-8 hat jetzt super die Genauigkeit. Jo, die ficken einfach alles. Was haben wir noch? Ja, hab ich ihn grad. Das ist aber auch geil. Erstmal. Aber ist einfach keiner gestorben, Alter. Weil alle abkommen, abkommen. Ich hab zwar 10.000 Hitmarker bekommen, aber keinen einzigen Kill. Ich weiß nicht, da springt keiner drüber. Oh. Wie viele sind das denn? Ich glaub ich alle. Oh. Wurde grad von dem X-Wing erschlagen. Der einfach nicht aus dem Schuss. Hä? Hörter Schuss. Wie kann man das sonst stellen? Hörter Schuss. Der ist einfach auf mich draufgeflogen. Das ist einfach auf mir gelandet. Alter, wie stirbst du? Oh, Alter, raus jetzt. Hat noch vier Leben das Ding, die Büx. Oh, der X-Wing hier versucht auch Brockes zu machen. Dass die Büx noch vier Leben hat. Oh, ich bin schon wieder erster mit der 5-0, ne, Leute. 6-0, ne, 5-0. Sorry. Also da fehlt, dass ich das Spiel jetzt zum... Ops. Dritten? Dritten? Alter, was ist die Balle mich denn ab da oben, ey, ihr Fichser, Alter. Er pisst euch doch. Obola, obola! Oh. Oh, ich hab das verglichen in dem Vollträgeschütz verkehrt rum aufgestellt. Super. Da gibt's noch eine Richtung, wo den Scheiß aufstellen kann. Da kommt auch noch wieder der Profi durch. Bruder. 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 ich kann einfach nicht fliegen kann nirgendwo fliegen Blätter in der Tat und ich habe ihn aber von hinten kommt jetzt eine halbe Armee ich bin gerade ein anderer ich bleibe den hinteren weg hast du den da unten? dieser King Wizard da geht mal auf den Sack aber ich glaube das machen uns mehr deutlich machen wir uns mal hier in Squatshield hin hinterm Stein Achtung da rechts ganz außen da unten ist es unser Terminal ist wieder offline nur das dann links das ist von mir nicht gebacken das ist so sauer das ist alles Achtung ich will den Teil weiter das ist ein Teil verordert das tut mir weh Achtung er wird jetzt nehmen die auf dem Boden aufgeschlagen sie haben jetzt schon vier das ist Kalle ja weil ihr das linke nicht haltet Marco und ich sind immer noch am rechten wir können hier auch nicht weg weil die Rebellen überrennen die sind immer wieder von hinten sie sind oben auf dem Berg Leute ja eben aber sie haben das Camino nicht jetzt haben sie es weißt du was wir die ganze Zeit kämpfen wir kämpfen gerade die ganze Zeit gegen die ganzen Leute hier die 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 alle auch ich alle sind das für ein durch die Wand oh nein jetzt haben sie mich auch fuck oh no 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 ich bin nicht ich bin nicht drin geil jetzt 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 mache ich mal hier auch ich kann es ich versuche es auszu was von hinten einfach ja du hast ihn getippt ich versuche das Ding auszuschalten endlich ah fuck oh da oben ah ich ah oh ich hab's wieder ausgeschaltet ein ok ich lebe noch die Frage ist wie lang ok die Weibings kommen wir müssen nach unten Marcus oh es hat er auf dich was killen wir die eigentlich drauf schießen einfach oh ich hab' Obit is right müssten die Wolker defend ne weißt du schon auch kann gade wir boxen die Bombe so schnell geht die Karte wieder für dich Alter ich kann halt den linken ok von wo denn von hinten auch noch hier fixe was zur Hölle macht dem unteren soviel schaden ich sehe einfach keine Schüsse das bringt mir soviel gegen dir an so irgendwas also so er hat mich an erster kein gesetzt gehabt machte wie die Betreuung zu schauen ja ja für Fahrzeugtour überlegt man ist ein Flugzeug im Fahrzeug ich bin schwer in der Mine gelaufen Alter er ist halt die Hälfte weg egal wir müssen einfach beim nächsten die Dinger halten Markus lass doch doch zum inneren jetzt werden jetzt können wir eh nix mehr verteidigen ja ich bin dabei ja oh ich hab' ein Flugzeug ok oh ich hab' ein ST Planänderung ich hab' einen High Fight Markus hier links ist auch ein AT-ST ganz links ja ja aber ich geh' in die Luft das ist Footer der andere ach so gut ich bin in der Luft jetzt oh die spawnen einfach viel zu weit hinten das ist kacke jetzt macht doch was oh mein Gott wo denn was denn ich mein mein Flugzeug ja jetzt endlich boah ich drück' noch schon die ganze Zeit F2 und das tut einfach nicht natürlich ja weiß es auch schon ich hab' mich fast gefickt grad aber mein scheiß F2 nicht funktioniert hat Alter was beschießt mich denn da Scheiße SD boah ihr seid tot ich hab' einen Kill gemacht ich hab' einen Kill gemacht Gott, ich hab' einen Kill gemacht das ist geht halt hin, Leute Alter, was überliebt der Baster ich hab' die Dinger endlich aufzuhalten jetzt haben wir hier gleich ein großes Problem ich weiß nicht mehr was ich grad' eingesetzt hab' ist ich hab' es ich hab' die Stipe schon wieder voll es gibt's nicht nur von hinten wer ihr abgeballert Oh, wieder von dem, natürlich. Wissen wir mal. Ding da, Tonne. Und wieder von dem, wenn ich geballert habe. Geil. Lappen, du bist vor mir. Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Oh nein, ich habe gerade einen ETS gefunden und schickt mich dann aus der Luft. Ja, natürlich kommt jetzt Luke und tötet mich. Das ist die Fighter. Meine, waren ETS, die, den haben sie mir jetzt aber geklaut. Achso, du holst dir den Fighter, okay. So sieht es schon mal gut aus, wenn die nur zwei haben. Ja, drei. Dann halt du das rechte Terminal. Ich bin gerade an dem Innen drinnen dran. Da bin ich auch dabei. Achso. Ja, ich bin dr… Ja, ich bin dringend. War wohl, man schieße einfach mal blind durch die Gegend. Wie es ist, wenn? Ja, ich weiß. Aber nicht nur von da hinten, sondern von überall hinten. Ja, man darf nur auch drei Richtungen in der Daimung. die er auch alle er hat er drei stück ist es okay Wenn wir die ganzen Rebellen wegkollen. Einfach mal Sporncampen, ne, du Affe. Markus, hinter dir. Hinter mir. Der schlägt mich. Ja, schlag ihn auf mit der Winkelkipp. Was schlägt du denn eigentlich die ganze Zeit? Innen. Wir töten gar die ganzen Rebellen, Digga. Ich hab ne 15 zu 8. Ich hab ne 8,15, hab ich auch. Nein, nicht ne 8,15, sondern ne 15 zu 8. Jetzt hab ich ne 17 zu 8. Also, es ist auch viel positiv. Nächsten Rebellen getötet. Nächsten Rebellen getötet. Nächsten Rebellen getötet. Oh, oh. Nächsten Rebellen getötet. Hab ihn. Das müsste reichen normalerweise. Ich hab ne 19 zu 8. Ich hab mehr als doppelt zu viele Kills nicht wurde. Oh, nein. Ich hab doppelt zu viele Tote wie Kills. Ja, das ist scheiße. Ich geh mal wieder in die Luft. Weil mit den Interceptern spielen ist auch geil. Oh, ne T, 80. Okay, der andere Entschuldigung. Oh, das ist ne Decepter. Nice. Ich bin... Nein, ich hab doppelt zu werden. Na ja schon. Das macht Pokémon angemacht. Oh, fuck. Das ist ein Dreikmal. Alter, man Spawn wird zu viel abgebuddelt. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall schaffen, die Dinger ein bisschen zu halten. Ja, wenn die das so durchziehen, wie sie es gerade machen, dann haben wir ein Problem. Wir müssen aufs Recht, wer das Recht wegkriegt. Geld, ich will das sein. Die Schwester. Komm zu mir, Marcus. Jetzt. Jetzt, wenn sie mal den Dinger... Da stehen sie davor wie die Ox vorm Berg. Ich hab mich deaktiviert. Yes. Das war was wert. Kurz vor Knapff hab ich noch den Dinger deaktiviert. Alter, ich hab den null mal getroffen. Ich hab nur mich rumgeschossen. Die funktionierten bitte das. Hochhart streut mein Blas als auch nicht. Dieser King Wizard, der geht mir so dermaßen auf die Fresse. Da hab ich schon voll aufgetötet, irgendwie. Der Name sagt mir was. Der ist immer da. Ja, der ist immer da. Ich hab noch Schutcheke gezogen. Hat mir auch den Arsch gerettet. Also das linke Terminal ist safe. Geil. Als rechte, das linke Terminal. Ich werde eine Granate töten. Eine andere wirft die Granate töten und tötet mich. Was bringen wir Raketen, wir ja vorbei sind. Das bringt was, Futur. Der macht ziemlich gute Kills. Glaubst du's mir immer nicht. Schieß in die Nähe eines Gegners und erst one-hit nur. Schieß auf die DF-19 oder so. Ja, oder schieß die DF-19, genau. Der soll ich dir die ganze Linke oben. Schien besser, der nervt. Ich hab noch 2 HP, Alter. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall gut decken. Oh, ich bin drückt. Oh no. Oh, gut. Ich hab jetzt rechte, hab ich deaktiviert. So, also, hab zwei deaktiviert. Oh, gut, ich bin da oben mit 4 Mann oder so, pass auf. Und da oben kommen sie. Boah. Nach dem Moves. Erst2-19 ist auf die Flasche. Okay, ist einer von uns. Ja gut, drei Stücke ist nicht so zu halten. Oh, er ist kümlich wieder. Natürlich. Er ist tot. So, wo sind die Gegner? Da ist einer. Gut. Hast du den? Nein. Allerdings oben rennen sie auch noch. Fall. Ja, wir haben gewonnen. Oh, wir waren schon mal. Oh, einer hat mal verloren. Ja, weil... Ja, gut. Egal. Victory! Ja, weg die Scheiße. Was hab ich noch gemacht? Guck, ich hab noch verbessert. 13, 19. Dieser King Wizard hat einfach 7000 Punkte. Jo Leute, das war's dann auch mit der Aufnahmesession von der Beta. von Star Wars Battlefront. Hoffen sie hat euch gefallen und... Ich schalte auch die anderen Videos an. Da geht's ja jeden Tag weiter. Bis dann das Spiel released wird in einem Monat. Wenn ich mich nicht vertan habe. Äh, November, ja. Gut. Also bis dahin, macht's gut und wir sind raus. Tschüss! Ciao. 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 Ciao.